Ich bin Martin Krause von Bavario Gutachten in München. Sie hatten unverschuldet einen Unfall? Dann rufen Sie diese Telefonnummer an. Wir helfen Ihnen sofort. Nutzen Sie unseren kostenlosen Vor-Ort-Service oder machen Sie mit uns einen Termin in einer unserer Partnerwerkstätten aus. Im Falle eines Haftpflichtschadens haben Sie immer recht, einen Sachverständigen einzuschalten. Und da das zu Schaden dazugehört, müssen auch die Kosten für das Gutachten, das nach Honorartabellen berechnet wird, also in Abhängigkeit der Schadenshöhe, ist eine abflachende Kurve. Heißt nicht automatisch, dass das Gutachten, was den 2.000 Euro Schaden hat, doppelt so teuer wird, wenn wir 4.000 Euro Schaden haben. So ist es nicht. Das sind halt Honorartabellen, deswegen kann man das nicht pauschalisieren, was ein Gutachten kostet. Aber die Kosten werden von der gegnerischen Partei getragen. Ich bin Martin Krause von Bavario Gutachten in München. Sie hatten unverschuldet einen Unfall? Dann rufen Sie diese Telefonnummer an. Wir helfen Ihnen sofort. Nutzen Sie unseren kostenlosen Vor-Ort-Service oder machen Sie mit uns einen Termin in einer unserer Partnerwerkstätten aus.